hallo liebe leute und willkommen zurück bei elite dangerous das nächste tutorial heute kümmert sich um die ingenieure das wird wahrscheinlich wieder ein etwas längeres tutorial aus dem einfachen grund weil es da auch so viel wieder zu sagen gibt ich bin schon mal vorgeflogen zu einem der vielen ingenieure 20 stück gibt es an der zahl da kommen wir gleich noch mal näher drauf zu sprechen auf die alle und ja was gibt es dazu sagen ich switch mal zurück zum schiff da sind wir schon drin auch gerade unrelevant mit welchem schiff ich hier bin ja für die ingenieure braucht man derzeit zumindest zwingend das addon horizons denn alle ingenieure befinden sich auf planetaren basen das heißt ihr braucht die planetenlandung um die ingenieure überhaupt nutzen zu können sonst funktioniert es nicht die ingenieure findet man wenn man das addon horizons hat rechts in der leiste ganz unten direkt dort wo ingenieure anzeigen steht man sieht es hier ein bisschen schlecht weil das schiff so ein bisschen überstrahlt durch die äußeren scheinwerfer dort oben aber dort könnt ihr euch die ingenieure anzeigen lassen so gehen wir mal drauf hier ist jetzt relativ große liste wer das spiel neu startet und nach den ingenieuren ausschau hält wird feststellen dass da vieles noch gar nicht angezeigt wird denn man hat am anfang bloß so eine handvoll ingenieure die sind noch nicht freigeschaltet in dem sinne aber die werden einem schon angezeigt mit denen man zumindest schon mal interagieren kann man kann noch nichts upgraden bei denen aber man kann mit denen schon mal zumindest ein bisschen interagieren oder die anfliegen man schaltet nach und nach ihr hörmann im rang der einzelnen ingenieure sich vorarbeitet schaltet man dann dadurch nach und nach die anderen noch frei ihr seht auch hier unten ist zum beispiel noch so ein kleiner brief das heißt ich habe zwar eine einladung zu diesem ingenieur bekommen aber muss noch einiges tun damit der auch für mich gewisse module upgradet zu den modulen man kann so gut wie jedes modul was im schiff verbaut ist ob das basis module sind sowas wie der frame shift antrieb der die sensoren der schild generator die was gibt es noch die schub düsen lebenserhaltung geht glaube ich auch die ganzen verschiedenen scanner ihr könnt düppelwerfer upgraden ihr könnt kühlkörper upgraden ihr könnt schildzellen upgraden ihr könnt eine raffinerie upgraden also so ziemlich alles mögliche im spiel was ihr als module in eurem schiff verbauen könnt könnt ihr auch upgraden nun kommen zu einer kleinen besonderheit schon mal denn nicht jeder ingenieur kann alles upgraden genauer gesagt keiner der ingenieure kann alles upgraden also es gibt unterschiedliche ingenieure die quer in der zivilisierten blase verteilt sind die unterschiedliche sachen können ich kann es mal kurz zeigen in der galaxie karte werden euch die ingenieure durch so nennt lilanes symbol dargestellt und angezeigt wo die sich befinden ihr seht moment ich kann ja mal die anderen kurz aus machen das sind die ingenieure die ich bisher zumindest frei geschaltet habe bei denen ich schon war und module abgegradet habe oder zu denen ich zumindest diese einladung per brief habe um dort schon mal was noch zu erledigen vielleicht weiß es der ein oder andere oder hat es gerade in der übersicht gesehen da stand teilweise sachen doppelt drin dass manche ingenieure auch die gleichen sachen können aber auch da gibt es noch mal verschiedene aspekte die da zu beachten sind der grund warum es viele ingenieure gibt und teilweise manche auch das gleiche können wie andere wenn ihr euch halt hier irgendwo in der blase befindet und nicht unbedingt jetzt hier zum ich bin jetzt hier rausgefunden hier zum beispiel den frame shift antrieb einfach gleich mal zu zeigen und zu pimpen so dann kann es aber sein wenn ihr halt hier nicht in der nähe soll sondern ganz am anderen ende der blase also sprich hier hinten unten irgendwo dass es dann einfach zu einem anderen näher ist also ich bin der meinung da haben so viele eingefügt dass natürlich das alles so ein bisschen modul technisch aufgeteilt wird auf die 20 verschiedenen ingenieure und wenn ihr euch halt an einer bestimmten stelle befindet sucht ihr euch halt einen ingenieur der euch am nächsten ist der zum beispiel dieses eine modul was ihr gerade aufwerten wollt auch kann also dass man da nicht immer quer zu einem speziellen muss deswegen gibt es auch mehrere mehrere die teilweise halt die gleichen sachen können gut so sehen die dann in der galaxie karte aus aktuell halt nur hier unten der fall noch sind keine keine in kolonia kolonia ist hinten irgendwo da gibt es aktuell noch keine tja und wie gesagt derzeit alle ingenieure nur auf planeten oberflächen zu finden deswegen horizons als voraussetzung ob da später noch andere hinzukommen ich bin der meinung da mal irgendwann was gelesen zu haben aber derzeit ist das nicht der fall so die ingenieure bevor ihr ans modul upgraden gehen könnt ich nehme jetzt hier unten mal einfach einen von denen die ich noch nicht freigeschaltet habe um es einfach mal zu zeigen ihr müsst nämlich immer verschiedene sachen erledigen wird mir das hier oben hier wird es mir auch noch mal so angezeigt super kann ich auch hier zeigen und zwar ist hier unten dieses log die drei sachen es sind immer drei sachen die man erfüllt haben muss bevor man anfangen kann module aufzuwerten so der zweller ist allgemein bekannt also auch ihn der zweller ist zum beispiel einer der erst von anfang an frei geschaltet genauso wie elvira martuck auch dies direkt frei geschaltet denn dort befinden uns auch aktuell gerade deswegen steht hier oben keine reichweite wie weit die von uns entfernt ist für sie müsst ihr zum beispiel das erste ist automatisch abgehakt und dann steht hier noch sie haben zugang zu elvira martuck erhalten weil sie sich mindestens 300 lichtjahre von dem ort entfernt haben an dem sie ihre karriere begonnen haben das heißt man muss schon mal so ein bisschen weiter weggesprungen sein von euer standard ort wo ihr halt dann wirklich auch begonnen hat wohl mit dem ersten schiff das erste mal abgehoben seit von der station von dort aus mindestens 300 lichtjahre entfernt dann wäre das zweite schon mal erledigt und dann das dritte da muss man meistens sachen zu den ingenieuren hin liefern in dem fall wollte sie drei sun till relikte das sind das können verschiedene sachen sein entweder die wollen mal diese rare goods diese sun till relikte oder mal sachen die man aus abbau bekommt zum beispiel einer möchte und bromelit haben 50 tonnen das sind sachen die man selber abbauen muss oder ein anderer möchte eine gewisse war das hier vielleicht was wollte der hier sie haben ihren ersten auftrag ermöglicht indem sie 500.000 credits gezahlt haben okay bei dem muss man einfach das geld zahlen da gibt es aber nach andere der die hier möchte zum beispiel 25 einheiten conga ale auch das ist wieder eine rare good mission hier unten selene john die möchte zum beispiel dass ihr 500 tonnen erz irgendwann irgendwie schon mal abgebaut habt und sie möchte zusätzlich zehn tonnen paar init bekommen also ihr seht es sind dann schon mal verschiedene voraussetzungen die erst mal erfüllt werden müssen bevor die ganze sache überhaupt losgeht ja dann ihr seht immer rechts oben wie weit die von eurem aktuellen standort entfernt sind hier oben der dweller zum beispiel ist in wird 169 lichtjahre von mir aktuell entfernt bei ihr befinden uns gerade lori jameson in shinrata desra auch das das system mit dem ihr nur entweder mit dem damaligen alpha oder beta zugang zum spiel habt oder halt ihr habt ein elite status entweder handel exploring oder kämpfen wenn ihr da einen eliterang habt auch dann dürft ihr in das system erst rein vorher kommt ihr gar nicht zu ihr hin ja jedenfalls ist das dann die anzeige die ja entfernungsanzeige und die haben dann auch immer noch hier zum beispiel haben wir es gerade gesehen allianz föderation unabhängig auch unabhängig die haben alle noch mal eine eigene zugehörigkeit nicht alle manche sind halt einfach unabhängig aber ein paar davon schon das soll euch aber erstmal nicht weiter interessieren so dann sehen wir noch den grad zugang den ich schon freigeschaltet habe das ist nicht überall der gleiche grad den ich schon habe das kommt dann immer so ein bisschen darauf an was die leute dort vor ort können und was ich gerne hätte denn man fängt immer mit grad eins an hier habe ich zum beispiel bloß grad drei freigeschaltet die letzten beiden fehlen noch es gibt dann immer eine fortschrittsanzeige und wie man die steigert zeige ich euch dann auch später nochmal ja also ihr seht es gibt eine ganze menge ingenieure 20 stück wie schon gesagt habe und dann auch eine ganze menge an modulen was man alles pimpen kann und da wird es jetzt ein bisschen kriminell denn man kann nicht nur so ziemlich jedes modul aufwerten sondern auch noch für jedes modul gibt es verschiedene aufwertungen da kommen dann auch noch mal andere sachen wie sekundär und bonus effekte zum beispiel hinzu bei den waffen zum beispiel das ist auch wieder eine geschichte im nachhinein könnte ich immer noch mal alles mehr erläutern oder noch mal ausführen aber zum kleinen einblick ich werde wahrscheinlich drei verschiedene ingenieure anfliegen einmal sie hier und danach noch woanders hin wie gesagt gerade aktuell bei elvira matuk das ist zum beispiel eine die halt von anfang an frei geschaltet ist und zu der ihr auf alle fälle mal hinfliegen solltet auch wenn die ein bisschen weiter draußen ist kuhn dürfte von jedem von euch vielleicht zu 100 200 bisschen mehr lichtjahre entfernt sein aber der weg lohnt sich denn sie kann als erste den frameshift antrieb upgraden und die schildgeneratoren wenn ich da jetzt mal drauf gehe halt falsch geht natürlich nicht wenn ich hier auf sternhafen dienste gehe und ich schon bei einem ingenieur bin sehen wir links in der allgemeinen dienstel dienste liste da ist jetzt nicht so viel vorhanden die kann da halt nicht so besonders viel gibt kein bahnmarkt oder sowas hier drüben allerdings bei den schiffsdiensten taucht dann die ingenieurswerkstatt auf dauert manchmal einen kleinen moment so und da sehen wir dann links was die gute uns upgraden kann hier zum beispiel bei den antrieben schildzellenbänke steht ja auch noch ihr habt gerade gesehen in der übersicht hier drüben steht halt bloß frameshift antriebe und schildgeneratoren aber hier tauchen auf einmal noch mehr auf ich gehe nochmal rein sprich antrieb und schildzellenbänke tauchen hier dann auch noch auf in der übersicht das ist so ein riesenproblem was ich hoffe dass die das mindestens mit dem nächsten oder übernächsten patch irgendwann hinzufügen gerade für neue leute kann das sehr frustrierend sein um wenn man da bestimmte sachen suchen will das halt in der übersicht die ich gerade gezeigt habe dass dort nicht alles dasteht was die können ich weiß nicht warum das ein problem ist da entweder alles hinzuschreiben oder wenn ich nochmal auf die drauf gehe dass die mir dann nochmal ein extra fenster meinetwegen öffnen wo dann das alles hier drin steht ich finde das teilweise echt ganz schön krass dass da halt nicht alles angezeigt wird in der übersicht jedenfalls erfahrt das entweder wenn ihr dann vor ort seid was die zusätzlich noch können oder auf einer internetseite auf inara.cz da kommen wir dann gleich nochmal zu denn da gibt es auch noch ein bisschen was anderes zu erzählen da steht nämlich auch alles mögliche zu den ingenieuren da und das ist eine seite die ich auch immer offen haben würde wenn ich da vorhabe was abzugraden gut jedenfalls die den frameshift antrieb nehmen wir zum beispiel einfach mal den frameshift antrieb das ist eine sache die würde den würde ich zum beispiel bei so gut wie jedem schiff aufwerten das lohnt sich ungemein denn in dem fall bin ich gerade mit der imperial cutter unterwegs die fliegt jetzt um die 16,5 lichtjahre ungefähr so wenn ich jetzt hier drauf gehe fsa kann ich den nochmal auswählen genau hier kommt nochmal eine auswahl weil das bei manchen nicht wundern dass der dass die ingenieurin nicht direkt in dieses fenster geht wo ich noch auswählen kann auf was ich das würfeln möchte oder oder was ich aus oder was ich verbessern möchte vom frameshift antrieb bei den waffen gibt es zum beispiel mehrere die du im schiff verbaut haben kannst deswegen gibt es hier immer noch mal eine extra auswahl oder halt auch bei schildzellenbänken oder sowas da kann man halt einfach mehr dabei haben so dann gibt es hier zum beispiel verschiedene sachen wie zum beispiel eine schnellere fsa ladesequenz oder die erhöhte fsa reichweite ein abgeschirmter fsa und das geht alles in dem fall von rang 1 bis rang 5 ich habe gerade gezeigt die kann nicht alles bis rang 5 nur manches in dem fall ist es bloß der frameshift antrieb den die bis auf grad 5 upgraden kann so dann geht es los ihr sucht euch zum beispiel nehmen wir jetzt einfach mal die erhöhte fsa reichweite ihr braucht dann bestimmte ressourcen um das machen zu können in dem fall braucht man atypische fsa störaufzeichnungen hier steht da per sog wolken scanner auch aus hochenergie sog wolken aufgezeichnet es gibt sog wolken scanner die ihr in schiffe einbauen könnt und mit denen dann halt hochenergie sog wolken also energie oder halt sog wolken mit hohen energie da steht dann hoch in klammern hinter einer sog wolke die einfach mit so einem sog wolken scanner scannt und dann bekommt ihr diese atypischen fsa störaufzeichnungen es macht sich am besten einfach von npcs meinetwegen oder aus einer privaten gruppe oder im open sucht euch eine station wo viel los ist fliegt dort mit eurem schiff hin und vor der station da springen immer viele schiffe dann wieder raus aus der station in irgendein anderes system zum beispiel und da gibt es immer viele sog wolken die ihr dann scannen könnt da würde man zum beispiel das herbekommen für jede ressource gibt es immer nochmal diesen überblick wenn ihr drüberfahrt mit der maus oder halt auf der konsole wenn ihr da dieses auswählt wird immer nochmal angezeigt wo das zu finden ist in den meisten fällen ist es auch recht verständlich sei denn man hat sowas zum beispiel noch nie mit einem sog wolken scanner gemacht oder weiß nicht was hochenergiesog wolken sind das sind halt sog wolken die hinterlassen werden wenn jemand in ein anderes system springt so die bräuchte ich jetzt zum beispiel halt ich gehe noch mal runter und kostenpunkt 1 das heißt ich habe aktuell 20 dabei wenn ich jetzt einmal hier unten auf resultat vorschau gehen würde dann würde das abgegradet werden beziehungsweise würde 1 davon verloren gehen ich mache das jetzt einfach mal ich zeige es nämlich mal so ich gehe mal drauf resultat vorschau achso dann sehen wir hier links noch was sich alles verändert die masse des moduls wird angehoben oder kann angehoben werden von 0 bis 5 prozent im negativen bereich deswegen auch rot die intaktheit sprich einfach das was der frame shift antrieb als modul aushält wird weniger und der energiebedarf wird ein bisschen mehr eventuell 0 bis 4 prozent aber die optimierte masse wird von 3 bis 10 prozent eventuell besser ihr seht da gibt es schwankungen schwankungen in dem fall ist das noch relativ human die können auch deutlich höher ausfallen denn mit grad 2 3 4 oder 5 erhöhen sich halt nicht bloß die ressourcen die man braucht sondern auch die positiven in dem fall die optimierte masse wie auch die negativen effekte das wird dann mehr bei den grad 5 sachen bei den grad 5 upgrades werden die negativen effekte manchmal sogar noch dann wieder ein ticken besser im vergleich zu dem vierer oder zu dem dreier also das kommt immer ganz aufs upgrade und aufs modul drauf an was man da machen lässt aber ihr seht zum beispiel ein grad 5 fsa reichweiten erhöhung das kostet schon ganz andere sachen arsen chemische manipulatoren und fsa daten catch ausnahmen das sind halt sachen die wirklich selten vorkommen die ich aktuell auch bloß wenig dabei habe ich habe letztens sogar einiges davon gebraucht deswegen noch ein bisschen weniger als eigentlich vorhanden und für grad 3 bräuchte man halt sachen die man schon relativ häufig oft nebenbei irgendwo findet entweder ihr seid mit dem buggy auf dem planeten unterwegs und sammelt seltene ressourcen wie in dem fall halt arsen da springt dann so gut wie immer auch sowas wie phosphor zum beispiel ab steht auch hier vorkommen auf planetenoberflächen und asteroiden beim bergbau auch da bekommt man das oder chemische prozessoren das kommt in transport schiffen zum beispiel oft zum einsatz und hier auch wieder die seltsamen fsa zielorte auch das wieder aus einem sog wolken scanner wenn ich eine sog wolke gescannt habe wie gesagt da steht dann alles dabei und hier auch kostenpunkt 1 und so viel habt ihr immer noch dabei ja wir sehen man könnte die optimierte masse bis auf 50 prozent upgrade das heißt es könnte noch mal ungefähr in dem fall haut das meistens ganz gut hin noch mal 50 prozent sprungreichweite drauf kommen wenn ich den fsa upgrade wir probieren das jetzt auch direkt mal mit dem fünfer upgrade ich kann es jetzt einmal versuchen vielleicht haben wir glück dass was gutes bei rauskommt 16,5 zwei lichtjahre springen wir und wenn wir jetzt auf resultat vorschau gehen sehen wir dann noch mal hier oben so im überblick dann kommen hier vier leisten in dem fall sind es vier manchmal mehr manchmal weniger kommt auch wieder aufs modul drauf an und dann schlägt der zufall alarm denn der zufall kann entweder ein riesen dreck schwein sein oder wie gestern zum beispiel hatte ich live stream hatte ich zwei drei mal richtig glück hintereinander sogar da kann es immer von sehr sehr gut bis sehr sehr schlecht und mittendrin auch alles mögliche dabei sein dass ihr zum beispiel ein sehr sehr schlechter wurf wäre jetzt zum beispiel wenn halt die masse die intaktheit und der energiebedarf sehr ins rote abdriftet die optimierte masse dafür aber bloß hier vorne irgendwo was verbessert am besten wäre wenn die optimierte masse also dieser kleine zeiger ganz nach rechts ganz am rand und die anderen die negativen zeiger er weiter hier vorne wären zum beispiel also die optimierte masse ist immer für die reichweite vom fsa zuständig und es wird halt in blau angezeigt was besser wird und in rot was schlechter wird in dem fall juckt mich die masse die intaktheit und der energiebedarf überhaupt nicht beim frameshift antrieb das ist wie gesagt auch noch mal ein riesenfeld ich kann jetzt unmöglich auf jedes modul und auf jedes upgrade dazu noch mal eingehen das würde einfach komplett den rahmen sprengen deswegen mache ich bloß mal so ein paar anhalts punkte für verschiedene module bei verschiedenen ingenieuren deswegen werden wahrscheinlich ein paar schnitte hier drin vorkommen gut wenn ihr euch das überlegt habt und ihr habt die sachen dabei dann könnt ihr noch auf kosten anzeigen und generieren gehen da wird dann noch mal angezeigt was ihr benötigt das heißt die oben die verfügbaren versuche kann ich noch selbst ausrechnen ein kann ich bloß auswürfeln lassen und hier steht noch mal in einem roten fetten text dass das ressourcen kostet so dann gehen wir auf generieren ihr habt ab jetzt keinen einfluss mehr was da oben passiert entweder es wird gut oder es wird schlecht in dem fall leider leider relativ mittelprächtig sekundäreffekte guck mal da drüben haben rechts gerade glück gehabt da wurde der sekundäreffekt oder das attribut energiebedarf noch mal ein bisschen verbessert das hat sich dann hier noch mal verbessert und die optimierte masse ist leider bloß ziemlich in der mitte auf 34 prozent gestiegen ihr könntet das direkt noch mal versuchen wenn ihr die benötigten ressourcen noch mal habt klappt in dem fall nicht weil ich nichts mehr dabei habe um das noch mal zu machen ihr könnt aber auch die sachen genauso gut verwerfen das heißt wir sind jetzt zum beispiel das können wir eigentlich gleich mal ganz gut zeigen ich nehme das jetzt einfach mal an so anwenden das heißt optimierte masse plus 34 prozent wunderbar dann schmeißt er uns in dieses menü wieder zurück und dann sind wir schon statt bei 15 bei 16,52 lichtjahre bei 21,8 lichtjahre da schon mal eine ganze menge zusammengekommen und da kann teilweise für eine asp explorer für eine diamond back explorer oder für eine anaconda können da schon mal 50 und mehr lichtjahre sprungreich weiter raus springen wenn man natürlich noch andere module aufwertet so gut der fsa steht dann jetzt auch da was ich damit gemacht habe welcher grad der aufgewertet ist und was ich als aufwertung gewählt habe da steht dann auch noch mal da und wir könnten jetzt zum beispiel dadurch dass es hier nicht so pringelnd gelaufen ist wir sehen jetzt wir sind ziemlich in der mitte gerade gelandet würde jetzt der bereich von minus 11 bis plus 11 prozent gehen das kann schlecht oder negativ ausfallen beim nächsten wurf das weiß man einfach nicht wir können aber nochmal ich habe noch für den vierer für das vierer upgrade habe ich noch ein paar komponenten parat das heißt das können wir jetzt auch einfach mal machen ich gehe nochmal in die resultat vorschau und hier sehen wir optimierte masse kann deutlich besser werden und der rest auch kann aber auch schlechter werden so wir machen das jetzt einfach mal generieren und ihr könnt zum beispiel einfach einmal klicken wenn die zeiger sich bewegen dann endet das sofort dann müsst ihr nicht warten bis hier alles sich mal hin und her gewackelt ist sondern das wird direkt übersprungen und euch wird angezeigt was rausgekommen ist in dem fall hatten wir einen schlechten sekundäreffekt hier drüben das wird immer hier angezeigt und zwar die bootzeit die der frameshift antrieb braucht um aufzuladen oder um zu starten hat sich um drei prozent erhöht gut es ist jetzt nicht besonders viel aber wäre halten leichter negativer effekten sehr leichter ja und wie gesagt wir müssen das nicht annehmen wir können das nämlich auch verwerfen verwerfen ist ganz wichtig wenn ihr zum beispiel erstattet halt immer mit grad 1 ihr habt gesehen es geht bis grad 5 wenn ihr grad 2 erreichen wollt müsst ihr eine bestimmte anzahl an grad 1 upgrades durchgeführt haben um auf stufe 2 zu kommen dasselbe mit stufe 3 mit stufe 4 und mit stufe 5 müsst ihr immer ein darunter liegendes also eine darunter liegende stufe immer wieder upgraden um halt das nächst höhere zu erreichen ich denke das erschließt sich hoffe ich jetzt einfach mal bis ihr irgendwann über grad 3 grad 4 bei grad 5 angekommen seid aber wie gesagt dafür müssen halt teilweise viele ressourcen da sein um die man sich dann auch erst mal wieder kümmern kann ja in dem fall könnte ich halt einfach verwerfen weil ich sage nee das ist halt echt alle schlechter brauche ich nicht oder wir gehen direkt auf erneutversuchen also ihr könnt nichts verkehrt machen wenn ihr zum beispiel wie jetzt einfach hofft dass ich ja noch mal ein bisschen mehr rauskommt guck mal da haben wir sogar glück gehabt denn der fsa ist eines der module was auch teilweise übers maximum hinaus mal gewürfelt werden kann in dem fall haben wir sehr viel glück gehabt dass für das vierer upgrade so viel bei rausgekommen ist das finde ich jetzt natürlich besser nehme ich nochmal an anwenden dann wird das alte überschrieben und wir haben das neue drin und kommen noch mal auf 22,7 lichtjahre also knapp noch mal ein lichtjahr rausgeholt wunderbar ja gut schildzellenbänke in dem fall bloß das eine upgrade ich wollte noch mal hier drauf zu sprechen kommen die schnellere fsa ladesequenz ist halt einfach die bootzeit die dann teilweise enorm gesteigert werden kann um bis zu minus 80 prozent könnt ihr eine bootzeit pimpen das ist wahnsinnig viel das heißt einfach dass der sprungvorgang schneller geht ihr könnt aber immer bloß eins upgraden wie ich ich habe mich jetzt entschieden für die erhöhte fsa reichweite wenn ich das jetzt hier oben noch machen wollen würde würde automatisch die fsa reichweite die ich gerade geupgradet hatte überschrieben werden das heißt man kann nur bloß einen dieser effekte auf ein modul machen man kann kein zweites oder drittes noch drauf bringen so der abgeschirmte erhöht einfach die intaktheit des frameshift antriebs braucht man meiner meinung nach nicht beim frameshift antrieb immer auf die erhöhte fsa reichweite gerade für schiffe die nicht so weit springen darunter zählen zum beispiel auch die passagierschiffe beluga liner orca dolphin kann man auch sehr sehr gut die dolphin noch eher die anderen beiden springen nicht ganz so weit aber kann man auch sehr gut mit dem fsa mit erhöhten fsa reichweite upgraden und dann sind die schon mal von der reichweite her deutlich besser also erhöhte fsa reichweite beim frameshift antrieb ist da echt muss meiner meinung nach und ja für die materialien steht dann immer da was gebraucht wird wo ihr das her bekommt das wird euch immer alles angezeigt dann könnt ihr noch eins machen ihr könnt euch wenn ihr halt sagt okay pass mal auf ich habe jetzt gerade grad 5 freigeschaltet ist gutes beispiel ich habe aber nicht alles dabei dann könnt ihr bauplan pin machen so dann wäre der bauplan gepinnt und zwar wenn ihr dann unterwegs seid ihr könnt ja von unterwegs leider was auch sehr sehr dumm ist muss ich einfach sagen könnt ihr nicht die sachen einsehen die ihr für bestimmte upgrades braucht so wir sind gerade bei der erwirma matuk und dadurch gerade den bauplan gepinnt ihr könnt euch dann wenn ihr eingepinnt habt ihr könnt auch nur ein pin pro ingenieur dann könnt ihr euch den unterwegs anzeigen lassen und könnt noch mal sehen was brauchte ich jetzt und wo kriege ich es noch mal her könnte euch ein unterwegs anzeigen lassen wenn ihr jetzt zum beispiel die sachen gesammelt habt für den für den gepinnten bauplan ihr fliegt zurück und werte dann einmal den gepinnten bauplan auf dann verschwindet der von der gepinnt anzeige das heißt ihr müsst ihr dann wieder pin wenn ihr den immer noch drin haben wollt also ein gepinter bauplan der dann irgendwann mal wenn ihr wieder da seid gemacht wird der verschwindet dann hier unten einfach wieder das ist ein total dummes system ich verstehe nicht warum hier rechts ich brauche diese biografie zum beispiel nicht das ist ja ganz nett oder warum kann man hier drüben im feld nicht runter scrollen dass ich einfach sehe was die alles kann und dann da noch mal meinetwegen drauf gehe für welches modul ist welches upgrade gibt und ich welche komponenten brauche das ist meiner meinung nach muss was hier auf alle fälle rein gehört und ich hoffe sehr dass das ist in einem der nächsten je früher desto besser patches irgendwann hinzukommt gut hätten wir das erstmal dann ist es so ihr schaltet wenn ihr hatte ich schon erwähnt wenn ihr bei bestimmten ingenieuren grad drei oder grad vier freigeschaltet habt bekommt ihr oft die nachricht von dem ingenieur dass ein weiterer ingenieur dahingehend freigeschaltet wurde und so geht das dann immer weiter ja schaltet dann ingenieur für ingenieur frei durch das durch die grad zugänge von anderen ingenieuren also ihr habt am anfang sind glaube ich vier oder fünf die hier angezeigt werden und nach und nach kommt dann mehr dazu das seht ihr dann schon automatisch gut das wäre es jetzt erstmal bis hierher ich mache gleich ein kleinen cut und dann sehen wir uns auf inara punkt cz wieder da möchte ich euch auch noch was wichtiges zeigen denn das ist eine seite die braucht ihr auf alle fälle wenn ihr effektiv die sache hier betreiben wollt solange das nicht im spiel so vorhanden ist wie es auf der internet seite vorhanden ist gut wir sehen uns gleich wieder so da bin ich wieder auf inara punkt cz unter den ingenieuren es ist halt nur leider alles komplett in englisch aber ich denke manches kann man sich wer wirklich kein englisch kann trotzdem zusammen reiben oder einfach den google übersetzer nutzen so jedenfalls sehen wir hier alle ingenieure die es gibt 20 stück an der zahl sind es und hier steht auch unter jedem ingenieur wer was kann und da steht auch alles da von elvira matuk bis hier unten bis zu bild turner die hier unten können teilweise echt viel nicht unbedingt wichtige sachen aber die können dann halt hier zum beispiel fuel scope das ist der treibstoff sammler oder diese automatische feldeinheit der lebens support und so weiter können die dann auch noch alles also hier sind alle 20 ingenieure vertreten und hier sehen wir dann immer die pfeile hier unten das heißt ich hatte ja gerade erzählt wenn man grad drei oder grad vier bei zum beispiel der listrider frei schaltet dann bekommt man die einladung für die heratani von ihr aus geht es dann weiter zu broker takin und tina fortune so schaltet man die von oben nach unten dann frei das heißt wenn er ganz unten zu den hier hin wollte zu den ingenieuren weil er sagt oh hier ich brauche unbedingt unbedingt den die kanonen dann braucht ihr das sage und der geht bloß über die felicity farce hier juri ischmark und kolonel bristen decker kommt ihr dann hier runter zu den anderen beiden noch ja das sind alle ingenieure wie gesagt hier steht alles drin und da steht hier vor immer noch g5 g2 g1 das ist genau das was ich gerade gezeigt habe er wir matuk kann den frameshift antrieb bis grad fünf upgraden den schildgenerator leider bloß bis grad drei die schub düsen bis grad zwei und die schildzellenbänke bis grad eins wenn ich jetzt zum beispiel auf den ingenieur drauf gehe bei der sind wir aktuell noch fort dann sehen wir auch noch mal die ganzen sachen die sie kann und direkt rechts daneben sehen wir auch was für jedes modul zur verfügung steht als modifikation für den frameshift antrieb haben wir zum beispiel hier dann die schnellere ladesequenz diese erhöhte reichweite oder halt diese verbesserten die verbesserte intaktheit spricht dass das modul einfach mehr aushält beim beschuss zum beispiel und auch für die anderen sachen zum beispiel eine schnellere aufladung von den schildzellenbänken oder was hier unten für den schildgenerator dass der weniger power frisst und so weiter sieht man hier alles und auch wenn man dann da drauf geht in dem fall der frameshift antrieb mit der erhöhten reichweite kommt genau das was euch im spiel auch noch mal angezeigt wird wird hier schön übersichtlich dargestellt und auch hier rechts steht dann immer was gebraucht wird und wo ihr auch das oder das dann auch finden könnt da kann sich halt manchmal unterscheiden natürlich zwischen den deutschen und den englischen begriffen wenn ihr manchmal hier nicht wisst was ist es in englisch haut einfach bei google rein meistens haut das ungefähr hin ja deshalb kann man immer überall hier alles erkennen oder oder finden was man halt braucht für die module und für die ingenieure dann gibt es hier drüben noch die blueprints das heißt es sind einfach alle module mit allen modifikationen die man machen kann da könnt ihr zum beispiel die ganze liste mal durch scrollen welche module ihr wie upgraden könnt oder vielleicht dann auch wollt könnt ihr euch hier raussuchen und rechts stehen dann auch die ingenieure die das dann alle können wie gesagt manche können doppelte sachen oder können verschiedene ingenieure dasselbe aber manche dann halt bis grad drei plus andere dann wiederum bis grad fünf das ist dann ganz unterschiedlich und auch hier drüben noch mal die komponenten auch da sehen wir dann alle komponenten die irgendwie gebraucht werden für irgendwas bei den ingenieuren ja aber das hier oben ist denke ich das wichtigste die übersicht der ingenieure und was die halt alles können was ihr dann dazu braucht und wie sich das eventuell auswirkt wie gesagt ich kann jetzt unmöglich auf jedes modul eingehen das würde echt den rahmen sprengen aber ich fliege jetzt noch woanders hin mit der cutter die ist jetzt gepimpt die springt jetzt ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich bei einem anderen ingenieur nochmal wieder bis dahin da bin ich wieder und zwar bin ich zu marco quent geflogen bei ihm können wir zum beispiel den energieverteiler oder das kraftwerk upgraden jetzt aber noch eine kleine besonderheit was ab und zu bei einem ingenieur halt auch mal vorkommen kann denn marco quent hat seinen wohnsitz oder seine ingenieurswerkstatt im system sirius das drittletzte system von unten steht sirius system dafür brauchen wir leider eine erlaubnis das heißt auch wenn ihr den schon freigeschaltet habt dass ihr ihn theoretisch besuchen dürft müsst ihr eine erlaubnis für das sirius system haben in dem fall muss man ganz einfach hier in den umliegenden system für die sirius corporation weiß ich gerade nicht genau jedenfalls hier in den umliegenden system rund um sirius gibt es verschiedene fraktionen die sirius im namen haben für die muss man dann einfach eine ganze weile mission erfüllen und irgendwann bekommt man von denen ab einem gewissen ruf die erlaubnis für das sirius system ja und erst dann könnt ihr marco quent besuchen das geniale daran ist hier links daneben ein weißer zwerg sieht nämlich schon sehr sehr schön aus wenn man zu ihm hinfliegt diese 10.000 licht zu kunden aber auch das geht es in ein paar minuten und dann findet ihr ihn auf der grand research space hier ringsrum noch ein paar andere kleine sachen hier oben sogar noch eine größere station aber für ihn wie gesagt braucht man erstmal die erlaubnis für das sirius system und damit ist er nicht der einzige ingenieur gibt dann noch ein zwei andere glaube ich die das auch brauchen gut das bloß mal so nach nebenbei jedenfalls sind grad 4 habe ich hier freigeschaltet und zwar bei ihm zum beispiel was auch immer sehr wichtig ist gerade für kampfschiffe da hat man oft die limitierung durch das kraftwerk dass man zum beispiel noch eine laserwaffe mehr dran bauen möchte oder man braucht noch eine schildzellenbank oder am besten noch zwei schild booster mehr diese sachen saugen alle wahnsinnig viel vom kraftwerk leer bzw brauchen einfach viel energie und um das noch mal so ein bisschen strecken zu können kann man zum beispiel ich habe das in dem fall sogar schon gemacht auf grad 3 allerdings bloß das überladungskraftwerk zum beispiel das einfach das kraftwerk ich könnte auch grad 4 machen wir das wert zu viel einfach mehr kapazität hat das macht enorm viel aus und in der regel reicht auch grad 1 oder grad 2 bei einem überladungskraftwerk wenn ihr einfach noch ein bisschen mehr saft braucht für andere sachen für andere module in der regel reicht grad 1 oder grad 2 denn ab grad 3 so wie ich es drin habe oder ab grad 4 geht halt die diese hitzeeffizienz ganz schön nach oben oder auch diese energie lade kapazität wird enorm gesteigert also da ein bisschen darauf achten dass man da vielleicht wirklich bloß grad 1 oder grad 2 wie gesagt reicht das meistens vollkommen aus es gibt dann auch noch in dem fall eine kapanzerung für das kraftwerk oder ganz hier unten so ein emissions optimiertes kraftwerk was einfach die hitzeeffizienz deutlich steigert aber halt in dem fall dann auch noch die masse und auch hier wie überall könnt ihr irgendeinen bauplan pin in dem fall ist es einfach mal das emissions optimierte kraftwerk bräuchte man halt diese sachen für ja also das wäre noch mal was zum kraftwerk wie gesagt gerade für kampfschiffe ist das eigentlich fast ein muss wenn man die aus maximum ausrüsten möchte braucht man mehr saft im kraftwerk ich lebe zum beispiel auch sehr gut mit einem vierer überladungskraftwerk bei der corvette hat die glaube ich drin da macht mir die hitzeentwicklung nicht so viel aus weil die corvette wiederum bloß kinetische waffen drin hatten dadurch so oder so die hitzeentwicklung nicht ganz so dramatisch ist bei dem schiff das ist immer so eine abwägungssache mit was spielt man wie hat man es am liebsten wie hätte man es gern in zukunft da können die kann die ist die spannweite auch riesig die man da gehen kann ich möchte jetzt hier kein irgendwelche optimalen fittings oder out fittings halt vorstellen oder aufzwingen für die schiffe das mache ich nicht so gern wie gesagt es gibt so viele möglichkeiten die schiffe auszurüsten wie ihr selber bock drauf habt dann der energieverteiler auch das gerade für waffen eigentlich ganz gut und zwar gibt sie auch verschiedene sachen zum beispiel was haben wir hier eine hochleistungsfähige stromversorgung dass zum beispiel die kapazitäten für waffen kapazität antriebs kapazität und system kapazität deutlich erhöht wird aber im gegenteil dazu dann die nachladung deutlich verringert wird fast im selben grad wie die kapazitäten das heißt ihr habt zwar eine höhere kapazität dann zum beispiel für dass ihr mit laser waffen einfach länger schießen könnt aber umgekehrt habt ihr eine deutlich langsamere nachladung das macht enorm viel aus und das ist bloß grad drei und weiß gar nicht gibt es dafür grad fünf weiß ich gerade gar nicht jedenfalls lohnt sich diese kapazitätssache eher nicht dann lieber die ladungs optimierte stromversorgung wählen das einfach gerade wenn ihr gerade auch für den antrieb ist das super wenn ihr geboostet habt seht ihr immer dass der antrieb sich bei den pips rechts unten die dann eingestellt werden können dass das ich wieder aufladen muss je schneller sich das natürlich voll lädt desto schneller könnt ihr boosten es macht tatsächlich auch wenn die prozentwerte oft fast ähnlich sind zwischen nachladung und kapazität es macht deutlich mehr aus moment wenn ihr eher auf die ladungs optimierte stromversorgung geht in dem fall wird das hier bei mir negativ angezeigt weil ich schon was anderes installiert habe aber wenn es um die waffen geht und um den antrieb dann lieber er auf nachladung und für system ist es auch nicht schlecht also lieber er auf ladungs optimierung als auch diese kapazität optimierung gehen das macht bei den waffen und beim antrieb schon deutlich mehr aus als wenn ihr von vornherein erhöhte kapazität zwar habt aber sich die dann halt deutlich langsamer wieder füllt das wäre noch die sache zum energieverteiler und zum kraftwerk also sowas wie halt dieser frame shift antrieb meiner meinung nach direkt an erster stelle für jedes schiff gleichzeitig dann der schild generator auch den kann man oder muss man sollte man upgraden braucht man jetzt nicht unbedingt wenn man als explorer unterwegs ist oder als händler vielleicht auch nicht unbedingt aber für kampfschiffe ist so gut wie jedes modul sehr sehr wichtig zum upgraden sei es halt der schild generator die schub düsen auch sehr sehr wichtig da kann man auch einiges machen hier das kraftwerk energieverteiler schildzellen schild booster da noch ein kleiner tipp es gibt beim upgraden des schildes und der schild booster kann man entweder auswählen dass das schild auf moment ich schneide das mal kurz rein so dass der schild generator zum beispiel ich habe jetzt hier mal ein ausgewählt der bis grad 5 geht bei leijang ihr bekommt auch am anfang relativ schnell den ingenieur der bis grad drei wenigstens die den schild generator aufwerten kann und zwar gibt es halt beim schild generator auch verschiedene sachen entweder die enhanced low power dass einfach weniger saft aus dem kraftwerk gezogen wird das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen das ist meiner meinung nach vielleicht für die explorer eher interessant weil hier die masse auch sinkt vom schild generator dann gibt es noch die moment die reinforced schilde die erhöhen zumindest bei den unteren den die schadensabwehr gegen explosive gegen kinetische und gegen thermale waffen die wird da gesteigert aber dadurch sinkt deutlich die aufladrate der schild ist dass sie unten ist die regenerationsrate das vorletzte bis sich das schild wenn es noch nicht kollabiert ist wieder langsam regeneriert und wenn das schild komplett zusammengebrochen ist kann man halt pech haben dass es einfach mal 30 prozent länger dauert bis wir überhaupt wieder ein schild bekommt auch das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen was ich eher empfehlen würde entweder das schild gegen kinetische waffen resistenter zu machen aber zum beispiel unten grad 4 nehmen einfach mal grad 4 oder grad 3 auch egal kinetische resistenz bis zu 18 prozent besser aber gegen thermale resistenzen 18 prozent weniger das kann man alles dann bei bei den schild boostern nach ausgleichen es sollte immer so ein gutes gleichgewicht da sein dass das schild viel thermischen widerstand hat kinetischen widerstand und meinetwegen auch detonations widerstand nun ist es so dass das auch nach eigenen vorlieben natürlich wieder aufgewertet werden kann mein tipp ist gerade im pve segment gegen piraten die haben meistens thermische waffen dabei das heißt wenn ihr euer schild ich gehe mal eins weiter das ist nämlich die thermale resistenz gegen thermale resistenz upgrade können halt schon mal bis zu 60 prozent mehr thermale resistenz rausspringen auf einem grad fünf upgrade irgendwo gibt es auch nen cap also irgendwo ein cap ist so eine so eine so eine obergrenze da gibt es gibt es soft und und hard caps die eine bestimmte grenze im spiel darstellen dass man zum beispiel keine hundertprozentige thermale resistenz erreichen kann dass ab einem gewissen prozentsatz andere aufgewertete schild booster die zum beispiel auch eine thermale resistenz besitzen dann weniger wert sind als eigentlich angezeigt wird vom würfeln her also das ist noch mal eine andere komplizierte rechnung man kann jedenfalls keine hundertprozentige resistenz gegen thermale waffen haben zum beispiel das geht einfach nicht aber mein tipp ist das schild gegen thermale angriffen angriffe ein bisschen ab aufzuwerten und da haltet ihr schon deutlich mehr aus gegen piraten wenn ihr dann zusätzlich noch schild booster aufwertet die dann so eine mischung haben aus eine allgemeine schild stärke die dann besser wird oder halt dann doch noch mal ein bisschen mehr kinetische resistenz mehr weil die kinetische resistenz halt durch dieses upgrade sinkt man kommt so also man kann locker diese prozent erreichen dass man weiß ich nicht 40 prozent weniger schaden durch kinetische gegnerische waffen erleidet plus zusätzlich 50 55 60 prozent weniger schaden durch thermale waffen von gegnern und vielleicht noch weiß ich nicht 10 15 prozent detonations widerstand also sprich gegen raketen und so ein zeug aber meiner meinung nach auf alle fälle wenn man jetzt nicht so ein riesen kampfschiff hat mit so unendlich vielen modulen wie zum beispiel meine corvette die hat weiß nicht vier fünf sechs schild booster noch zusätzlich drin da kann man halt schön variieren das schild wenn ihr eins habt ein gutes bei kleineren kampfschiffen dann doch eher gegen thermale resistenz weil wie gesagt gerade die npcs dann doch in den meisten fällen so wie ich das bisher auch in erfahrung gebracht habe einfach mit thermalen waffen auf euch schießen man sieht es auch oft die haben ab und zu auch mal so einen kleinen plasma werfer oder sowas dabei oder vielleicht auch mal eine kanone aber in den allermeisten fällen dann doch eher mit impuls lasern dann oder strahlen lasern oder salven lasern da seid ihr gut mit bedient wenn ihr dann die schilde doch eher auf thermale resistenz upgradet ja das wärs dann noch mal zu den beiden sachen jetzt moment kann es wieder schließen zack sind wir wieder drin im spiel zum energieverteiler und zum kraftwerk und jetzt fliege ich noch mal zu einem anderen und dann sehen wir uns auch da gleich wieder bis dahin da bin ich wieder und zwar sind wir jetzt beim dweller der ist auch von anfang an frei geschaltet ihr müsst ihm bloß noch 500.000 credits zahlen und ihr müsst irgendwo mal fünf schwarz märkte gesehen haben egal wo egal wann egal wie wenn das erfüllt ist könnt ihr auf den dweller zugreifen und zwar kann er auch schon wie der letzte ingenieur marco quent den energieverteiler zum beispiel upgraden aber auch die waffen zum beispiel die impuls laser der hat hier sogar den energieverteiler auf grad 5 genau die impuls laser so ich habe jetzt hier zum beispiel sehen wir schon alles so ein bisschen abgegradet das hat man letztens in einem livestream gemacht und zwar die impuls laser die zweier auf kurzdistanz und die dreier auf waffeneffizienz da ist es zum beispiel so wenn ich den dreier jetzt mal auswähle hier hatte ich die waffeneffizienz gemacht und zwar es gibt halt auch noch mal deutlich mehr für für waffen ihr seht schon die liste drüben ist ein bisschen länger wieder jedenfalls zum beispiel die waffeneffizienz die sorgt einfach dafür dass die der schaden pro sekunde und der schaden allgemein nach oben geht allerdings auch der energiebedarf unter umständen bisschen absacken kann und auch die energieverteilung dass da ein bisschen mehr gebraucht wird genauso wie die thermische ladung die sich dann erhöht wird bei der waffeneffizienz dann waffen focus das wäre zum beispiel eine sache dass ihr hier die maximale weiche reichweite deutlich erhöhen könnt in der regel schließen die ganzen waffen maximal drei kilometer weit plus 79 prozent jetzt mal hier im optimalfall kommt schon mal naja deutlich mehr raus das heißt ihr könnt auf eine höhere distanz die gegner treffen dadurch verringert sich in dem fall allerdings ein bisschen die feuerrate dadurch wird der schaden aber trotzdem ein kleines bisschen erhöht aber auch der schadens abfall jetzt weiß ich nicht ob das hier tatsächlich blau oder rot sein müsste eventuell wird er verbessert könnte ich mir vorstellen dass der schaden auf die entfernung je weiter nämlich ein schiff von euch entfernt ist und er noch drauf schießt desto weniger schaden kommt dort an gerade bei den laser waffen halt ja auch hier gibt es noch die leichtgewicht geschütze auch vielleicht eher für explorer die trotzdem oder für händler die paar kleine waffen dabei haben wollen aber nicht unbedingt sehr an sprungreichweite deswegen einbüßen möchten dann doch eher auf die leichtgewicht geschütze gehen ferndistanz waffen auch das noch mal eine geschichte mit dem mit einer deutlich höheren reichweite ist das ist das ist das normal schadens abfall ist das korrekt angezeigt oder macht mit das spiel da gerade ein strich durch die rechnung 980 prozent kurze frage an euch überladungswaffe das ist eine ganz geile geschichte eigentlich weil dann der schaden enorm erhöht wird aber aus dem energieverteiler wird halt wahnsinnig viel saft rausgezogen und was halt auch nicht so geil ist das zittern das zittern da steht zwar jetzt plus zwischen plus 0,1 und 0,4 macht aber teilweise schon eine ganze menge aus wenn halt die waffe nicht mehr gerade nach vorne schießt sondern so in einem so ein bisschen streut wie so eine schrotflinte also ein bisschen in einem gewissen radius dann so feuert kann halt dann schon wieder ein bisschen allgemein vielleicht weniger schaden machen obwohl der schaden erhöht ist aber die waffe deutlich weniger trifft weil sie halt so sehr zittert überladungswaffe keine schlechte sache habe ich zum beispiel beim mehrfach geschützen komplett drin bei den kinetischen waffen ich habe jetzt hier leider auch bloß laser waffen dabei deswegen kann ich bloß bei denen zeigen schnellfeuer modifikationen gibt es auch noch dass einfach die feuerrate teilweise drastisch erhöht wird also auch da schießen dann die impuls laser fast wie salven laser richtig schnell hintereinander die schläge raus die thermischen ladung schaden wird noch ein bisschen erhöht aber auch hier das zittern wird enorm erhöht und von der energieverteilung her geht es noch also das vielleicht auch eine sache die ich bei impuls laser gar nicht so schlecht finde und vielleicht auch mal probieren würde die schnellfeuer modifikation da gibt es noch die kurz distanz blaster auch da erhöht sich der schaden enorm haben die reichweite kann sich halt drastisch verringern auf leicht das habe ich aber der anderen klein gemacht habe ich jetzt teilweise statt drei kilometer reichweite nur 1200 1100 meter 1400 1500 meter reichweite also das kann drastisch nach unten abgehen und die thermische ladung kann dadurch enorm steigen also das passt hier mit den 200 prozent von bei der anderen modifikation mit 900 prozent fand ich ein bisschen krass robustes gestell auch da die masse wird deutlich erhöht aber dadurch halt auch die intaktheit muss man nicht haben braucht man eigentlich nicht ist jetzt eine sache die ich für eine waffe niemals nehmen würde da wir alle alles andere welche deutlich effizienter als das robuste gestell ja und wenn wir dann zum beispiel halten wir mal gewählen jetzt einfach mal was aus ich nehme jetzt mal ich nehme jetzt einfach mal überladungswaffe da kann ich auch ein bisschen was oder wir nehmen mal was anderes vielleicht etwas was ich hier oft dabei habe dass ich jetzt hier nicht sinnlos robustes gestell das hier schnell von modifikation rang drei machen wir jetzt einfach mal und hier sehen wir auch wieder wie bei den anderen geht das dann von links nach rechts wie überall genau generieren wir haben alles dabei wunderbar so wenn das jetzt fertig ist ich klicke jetzt einfach mal weiter gibt es auch hier noch andere sachen auch wieder sekundär effekte dann hier die waffeneffizienz was sich hier noch mal geändert hat steht hier drüben noch mal drin und hier unten so ein effekt den man noch bekommen kann manchmal bekommt man durch zufall halt noch ein effekt oft oder meistens halt kein man kann die allerdings nachjustieren wenn man sagt okay der wurf ist so geil ich mache jetzt keinen erneuten versuch ich will den auf alle fälle behalten möchte aber einen zusatzeffekt haben kann man auf justieren gehen und kann sich dann zum beispiel eine weitere modifikation hinzufügen lassen zur waffe allerdings ihr seht schon das kostet zwei ränge die ihr euch schon erarbeitet habt das heißt grad 4 und 5 werden in dem moment gestrichen wenn ich hier eins kaufe und ich muss mich dann wieder hocharbeiten es gibt da verschiedene sachen je nach waffentyp und was ihr halt vorhaben mit dem gegner ist das eine mehr das andere weniger sinnvoll es gibt zum beispiel hier die konkurrenante sequenz und zwar könnt ihr damit auf die schilde eines wingman schießen also jemanden der zu eurer kleinen gruppe dazugehört und heilt somit seine schilde wieder hoch allerdings wird halt auch seine hitze regeneration erhöht thermischer schock und zwar treffer an schilden und rumpf des ziels generieren zusätzlichen hitzebelastung da gab es damals mal da war als es neu war mit dem mit den effekten und den ingenieuren da war der thermische schock so krass das mussten die ein bisschen zurücknehmen das ist eine geile sache dass die hitzebelastung im gegnerischen schiff steigt emissions munition genau beim angreifer also ihr habt dann auch eine erhöhte hitze regeneration und das ziel bekommt eine deutlich erhöhte signatur ist jetzt ja ist okay kann man machen thermischer schock ist halt nicht schlecht stör spektrum und zwar werden durch treffer am schiffsrumpf des ziels zufällige funktionsstörungen ausgelöst ist auch nicht so schlecht kann man auf eine waffe drauf haben denn es ist bei manchen sachen ich glaube bei der phasen sequenz ist das so wenn mich nicht alles täuscht oder beim thermischen schock neben thermischen schock ist das glaube ich so dass ihr zum beispiel es lohnt sich nicht auf jede waffe den thermischen schock drauf zu machen dass es sagt nicht also das multipliziert sich nicht auf sondern wird halt bloß einmal auf das gegnerische schiff angewandt dass der zum beispiel hat bloß einmal diese zusätzliche hitzebelastung hat und nicht für jede waffe extra das zählt bloß für eine waffe die phasen sequenz das ist auch ganz geil und zwar ein kleiner anteil des schadens durchdringt die schilde und greift direkt den rumpf des zieles an das heißt solange wie ihr noch schaden auf das schild macht weil erstmal das schild vom gegner kaputt gehen muss geht automatisch gleichzeitig schon ein bisschen schaden auf den rumpf und der rumpf geht schon runter das ist eine ganz geile sache die phasen sequenz kann man sich auch überlegen so was mal dran zu machen also hier thermischer schock phasen sequenz stör spektrum sind ganz nette sachen thermischer schock phasen sequenz habe ich fast noch am liebsten alle beide auf alle fälle könnte man sich das halt kaufen wenn man nicht zufällig hier direkt unten einen effekt erhalten hat ich versuche es jetzt einfach mal durch erneutes würfeln vielleicht haben wir glück auch nicht ich mache es mal noch ein bisschen wir können noch ein bisschen probieren klappt nicht ganz auch nicht wenn ihr nämlich zum beispiel unten wenn da ein effekt zufällig von den fünf die ich gerade gezeigt habe ausgewählt wird ihr müsst den nicht zwingend nehmen auch wenn der wurf vielleicht gut war ihr könnt denen auch noch mal hier nachjustieren also das würde dann hier unten blau erscheinen und da würde dann auch der effekt dastehen welcher sich da ergeben hat und den könnt ihr dann auch austauschen kostet dann nicht zwei ränge sondern nur einen schade auch wieder nicht kommt einmal probieren wir noch vielleicht haben wir glück und weiter schade kein effekt ich möchte jetzt hier nicht alles aufbrauchen aber wenn kein effekt dabei ist und ihr wollt ihn nachjustieren kostet zwei ränge von ihm hier und wenn allerdings ein blauer effekt drauf ist aber das ist jetzt meinetwegen bloß diese konkordante sequenz die euch alleine gegen pve gegner nichts nützt dann könnt ihr das austauschen und ihr bezahlt bloß einen rang in dem fall also würde auch gehen ich verwerfe das jetzt ich brauche das jetzt nicht habe hier eine andere modifikation drauf und da gibt es halt für sämtliche andere waffen auch modifikation bei den verschiedensten ingenieuren da bitte immer auf inara.cz gucken das spiel selber gibt euch halt nicht alles wieder wie wir schon gesehen haben was die einzelne ingenieur alles kann sondern nur zwei oder drei sachen steht manchmal da dann lieber auf inara gucken und ja dann wünsche ich euch einfach mal viel spaß beim rumprobieren und beim zusammensammeln der geforderten daten oder ressourcen die die ingenieure brauchen das steht alles da wenn ihr drüber fahrt bei einem bauplan was der benötigt wo ihr das finden könnt auf inara steht auch noch mal da wo ihr das bekommt am besten oder wenn das absolut nicht findet einfach dann nach googeln oder oder fragt in den kommentaren egal irgendeiner kennt sich damit schon aus wie gesagt das ist so viel ich könnte jetzt auf so viele sachen noch zusätzlich eingehen aber das sprengt einfach den rahmen ich denke so das grobe verständnis sollte jetzt da sein bei den ingenieuren ihr braucht horizons auf alle fälle dafür dann am anfang habt ihr ungefähr eine handvoll ingenieure durch die wenn ihr bei euch bei denen im grad im rang hocharbeitet durch modifikation die ihr bei denen vorgenommen habt steigt ihr bei denen im rang maximal bis auf rang 5 und dadurch ab rang 3 oder ab rang 4 werden dann immer wieder neue freigeschaltet so ist dann der fortlauf bis ihr maximal alle 20 freigeschaltet habt zu dem einen oder anderen müsst ihr euch dann halt wie hier im sirius system oder im sol system sprich in unserem sonnensystem braucht ihr erst eine bestimmte freigabe dass ihr die systeme betreten oder bereisen dürft auch die müsst ihr euch dann in den umliegenden system erarbeiten um da überhaupt rein zu können und dann noch die kleinen drei zusätzliche aufgaben der ingenieure erfüllen entweder die rare goods besorgen also die seltenen güter oder mal kopfgeldbescheinigungen wollen die eine bestimmte anzahl haben mal daten catch ausnahmen oder bromelit oder painit oder irgendwas anderes wenn das alles erfüllt ist könnt ihr loslegen mit dem upgraden eurer schiffe es macht viel spaß ihr müsst auch viel rumfliegen überall hin und sachen zusammen sammeln um das halt machen zu können vieles davon so ist es auch bei mir erledigt sich einfach nebenbei wenn ich im wenn ich bergbau mache sammle ich schon viele ressourcen nebenbei die halt so was wie phosphor eisen schwefel kommt da oft bei raus oder wenn ich auf dem planeten rumfahre und da mir irgendwo was angucke da finden sich immer irgendwelche brocken um solche kleinen ressourcen spricht die mineralien von planeten mitzunehmen von den ganz seltenen bis zu den ganz häufigen oder auch da noch ein tipp wenn ihr sachen aus zum beispiel transport schiffen braucht oder überhaupt gegnerische oder npcs abschießen müsst um zum beispiel irgendwelche chemischen manipulatoren zu bekommen sucht euch in der galaxie karte ein anarchie system wenn ihr wenn ihr keinen stress haben wollt denn halt das war nicht sicherheit regierung regierung sucht euch irgendwo ein anarchie system das sind die gelben in dem fall ich mache die anderen mal aus die gibt es nicht ganz so häufig oder nee warte mal warte mal ich muss noch mal muss noch mal ganz kurz war doch das oder gibt halt so viele jetzt bin ich gerade ein bisschen doch regierung jetzt hat mir wieder alle eingeschaltet jedenfalls die gelben die anarchie systeme dort bekommt ihr keine kopfgelder auf euch ausgesetzt dort ist jeder vogelfrei sozusagen und ihr könnt ohne probleme ohne konsequenzen im anarchie system auch transport schiffe und so weiter abschießen um an bestimmte ressourcen für die ingenieure ranzukommen ja das war jetzt erst mal wieder ja relativ mittelgroßer überblick über die ingenieure würde ich sagen zeige ich euch noch mal das schiffchen mit dem ich hier gelandet bin auch hier wunderschöner ausblick beim dweller denn der ist relativ nah in seiner basis am planeten dran ja und das ist eigentlich ein nettes bild netter abschluss für die folge für heute und das war auch erst mal das zumindest letzte große tutorial das ging wahrscheinlich jetzt wieder eine stunde ich habe es überhaupt nicht im kopf aber so ungefähr wird schon gewesen sein und es werden vielleicht noch ein paar kleinere folgen ich habe noch so ein paar dinge im kopf aber von den größeren die jetzt wenigstens 20 30 40 minuten gehen war es erst mal das letzte wer wieder fragen hat gerne in die kommentare damit ich beantworte so viel wie es nur geht wenn ich ahnung habe und euch weiterhelfen kann tue ich das die anderen sind aber auch fleißig dabei und machen das ja wenn fragen sind ab damit in die kommentare oder vorschläge für tutorials gerne auch noch damit in die kommentare ja und dann verabschiede ich mich erst mal wieder von euch bedanke mich fürs zusehen für eure aufmerksamkeit schönen tag noch viel spaß beim schiffsupgrade und haut rein bis zum nächsten mal ciao